Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Utes und Saoudventskalender. Heute geht es um Kosmetik. Es ist ja, denke ich, allgemein bekannt, dass Make-up und Kosmetik in Ägypten damals schon voll das Ding war. Aber habe ich auch gewusst, dass der charakteristische Lidstrich auch vor Augeninfektionen geschützt hat? Denn es wurde eine Paste hergestellt aus Henna, verschiedenen Männereien und Ärzten, alles pulverisiert, mit Ölen oder Tierfett vermengt. Und diese Paste wurde dann mit einem dünnen Stäbchen aus Holz, Elfenbein oder Silber aufgetragen. Unter anderem war in dieser Paste, nicht in dieser Paste, hier ist Aktiv-Cola drin, war in der Augen-Lidstrich-Paste, war Blei drin. Und das hat nicht zu schlimmen Vergiftungen oder Hautschäden geführt, sondern das hat die Zellen dazu angeregt, mehr Stickoxid zu produzieren, was dem Immunsystem geholfen hat, die Abwehrkräfte anzuregen und so eben verhindert werden konnte, dass man schlimme Augeninfektionen kriegt. Das ist doch total cool, um heute das Make-up nur noch darmhübsch zu sein. Na gut, es gibt sicherlich auch genug Kosmetik, die auch medizinische Wirkung hat. Nun gut, ich hoffe, da war eine neue Information für euch dabei. Ich bin noch ein bisschen nervös und auch geredet, weil ich mich freue, dass es den Utventskalender wieder gibt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut, die Süßen. Ich hatte hier gerade so einen schwarzen Fleck und ich dachte, hab ich eine Biersinkugel verloren? Und dann ist mir auch gefahren, ihr habt da ja gar kein Biersink. Oh nein. Jetzt hab ich mit meiner Maske geglackert. Ich habe es eine große Herausforderung. Und dann habe ich mit meiner Maske geflossen, wie ich mit meiner Maske geflüchtigungs Yorker bin. Ich habe ja auch mit der Maske geflüchtigungsweise schon wieder geflüchtigung, wo man zur Arbeit geht. Und dann habe ich mit der Maske geflüchtigungsweise geliefert. Ich habe, dass ich mit meiner Maske geflüchtigungsweise geliefert. Vielen Dank.